Ok, ich zeige euch jetzt hier, es ist im Grunde genommen wie eine Art Möbel, also das sich zusammenziehen und sich ausdehnen, ganz nach außen in diese sechs Richtungen, die beiden Füße, die beiden Hände, Stalz und Koch und dann ganz in die Mitte sich zusammenzuziehen und wenn ihr ganz zusammengezogen seid, versucht ihr euch von der Mitte aus loslassen, wieder nach außen in Hände und Füße, sowohl, also das Loslassen und dieses Ausdehnen, ich dehne mich aus, ich dehne mich aus in alle Richtungen, wenn ich merke, ich gehe nicht mehr weiter, dann lasse ich los, ich ziehe meinen Ellenbogen, mein Knie, das zieht meinen Kopf, meine Beine, meinen Steigs zusammen, ich ziehe mich ganz zusammen, ich ziehe mich ganz zusammen und jetzt lasse ich in der Mitte los und lasse den Rest los und ich komme wieder nach außen, ich dehne mich ganz nach außen, nach außen, nach außen, lass locker, ziehe mich zusammen, das Lockerlassen, von der Mitte, diese Entfernung, ich ziehe mich hier ganz zusammen und lasse locker in der Mitte, das Lockerlassen, Lockerlassen, das führt dazu, dass du Lockerness und wieder in die Mitte kommst, ja, also in der Mitte das, das. Diese Hand bleibt auf ihrer Seite, linke Seite, rechte, linker Fuß, rechter Fuß bleibt, du gehst nicht da drüber, du gehst nicht da drüber, sondern du bleibst auf deiner Seite, jetzt los, ziehst Locker. Jetzt der Schritt weiter, indem wir uns auf den Bauch drehen, ich ziehe mich zusammen, 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 und jetzt muss ich wechseln, der muss ich wechseln, der zieht mich auf der Seite zusammen und läuft los. Zusammen, und locker wechseln. Jetzt wechsel ich wieder und dann muss ich wieder diesen Wechsel an, linker Hand rechter Fuß zusammenziehen, locker, zusammen, locker. B Back, B Back, B Back Fit. concentrations 1 2 Bis zum nächsten Mal.